Jetzt haben wir einen Marco bei uns auf der Single Couch. Grüß dich Marco, habe ich dir reden. Habe ich dir reden. Erzähl doch mal was über dich Marco. Ich hätte gerne eine Freundin mit einem fetten Bulldog daheim und einem dicken Balkon aus Holz. Was möchtest du auf dem Holzbalkon so dreien? Das mag ich dir jetzt nicht erzählen, aber ich glaube da kannst du denken was ich mit dir auf dem Holzbalkon dreien will. Sterne anschauen. Sterne ist das andere. Und Weintrinker. Und Weintrinker und ganz viel Aspach Cola. Aspach Cola, also bist du eher so der Rüscherltyp. Genau. Gut, muss der Freundin dann auch ein Rüscherltyp sein? Muss nicht, Hauptsache der kann saufen wie ein Behinderte. Scheißegal. Hauptsache ich kann schlucken wie ein Dummi. Ich muss bloß, ich muss bloß ein Zeichen unterbringen. Wenn es spät, ist es wurscht. Hauptsache ich kann saufen. Wo bist du jetzt her? Von Dölpfurt. Von wo? Dietfurt. Und es ist wurscht wo die herkommt oder muss die Arbeit hier in der Nacht sein? Ich bin in der Nähe von 30 Kilometern. Komm passt alles. Hauptsache ich trinkt ganz viel Alkohol. Dann passt alles. Wie alt soll es denn sein? Höchstens 20. Weil wie alt bist du? 18. Fast 19. Aber höchstens 20 dann passt noch alles. Was hast denn du für Hobbys außer Rüscherl und Bulldog? Eigentlich nicht so viel. Ich habe keinen ganzen Tag beim Biertrinker daheim. Ich brauche eigentlich bloß eine Freundin, die mich vom Saufen holt, vom Wirt und dann wieder heim fährt und dann selber heim fährt. Sowas sage ich. Der, der immer hinter mir steht und immer bei mir ist. Hauptsache ich kann saufen. Ja, das ist ja auch schon mal was. Freilich. Weil so eine musst du ja schon mal finden. Weil das sind die besten Möler, die du finden kannst. Gut, dann brauchen wir quasi wen mit einem Führerschein, oder? Mit einem Führerschein, genau. Und viel Birne im Kopf und viel Alkohol daheim. Gut. Also wenn ihr Birne im Kopf habt, einen Führerschein, am besten nur einen Bulldog, gerne Rüscherl saft. Und Ausbach Cola. Genau, Ausbach Cola. Dann seid ihr richtig bei mir. Dann seid ihr richtig. Dann rührt euch doch bitte und dann vielleicht findet man ja wen der die Horn fährt das nächste Mal. Fabini dabei. Gut. Merci. Bitte. viel Zeit. R Lowen.